Hallo, ich bin Simon von Fort Weiss und stelle euch anlässlich des 20. Geburtstags von Fort Weiss im Jahr 2024 jeden Monat ein Thema gemeinsam mit meinem Team vor. Im Monat März geht es bei uns um das Thema Digital Transformation und du wirst auch im März wieder mit Podcasts, mit Blogartikeln und mit einem Livestream viel lernen können, was dieses Thema angeht. Es wird spannend. Digital Transformation, was ist das? Die Digital Transformation bezeichnet ja die Nutzung von digitalen Technologien, um dein Unternehmen auf ein neues Level zu heben und deine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die Produktivität deiner Mitarbeiter zu steigern und letztendlich deine Zukunftssicherheit sicherzustellen. Wozu brauchst du den Lean Change Canvas und was ist der Lean Change Canvas? Der Lean Change Canvas ist ein Tool, das wir selber bei Fort Weiss entwickelt haben. Der Lean Change Canvas gibt dir die Möglichkeit zu verstehen, warum die Ergebnisse deiner Projekte ausbleiben bzw. wieso die avisierten User Adoption Rates von neu eingeführter Software nicht erreicht werden. Als Beispiel. Du erkennst damit außerdem, wo es in deiner Organisation Barrieren und Hürden gibt, die dich in der Umsetzung der von dir gewünschten Veränderungsprojekte behindern. Vielleicht kennst du ja auch den Business Model Canvas von Alex Osterwalder. Der Fort Weiss Lean Change Canvas hat diese Form des Layouts adaptiert und darauf die Build, Measure, Learn bzw. Plan, Do, Check, Act Methode aus dem Lean Startup angewendet. Und zwar, indem wir diese Visualisierung mit der Lean Startup Methode verheiraten und so eine Planungsgrundlage für deine Change Projekte schaffen. Dadurch schaffen wir maximale Effektivität, also Wirksamkeit und Geschwindigkeit in Change Umsetzungsprojekten. Wir erhöhen die Leistungsfähigkeit individuell. Wir erhöhen die Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Wir zeigen, wie effektives Change Management das Resultat ist, dessen, was du hier mit uns im Lean Change Canvas planst. Das Ergebnis am Ende, wenn du den Lean Change Canvas ausfüllst, anwendest und mit uns in die Umsetzung bringst, ist der digitale Change, den du dir vor Lostreten deines Projektes gewünscht hast. Also nutze den Monat März 2024, um dich in Sachen digitaler Transformation aufs nächste Level zu bringen. Lerne von uns und mit uns und komme auch gerne in unseren Livestream zum Thema Lean Change Canvas. Und natürlich hast du auch immer die Möglichkeit, uns zu diesen Themen anzusprechen und wir sind dir gerne bei der Umsetzung behilflich. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Monat März Digital Transformation mit dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020